23. Dezember und heute verlosen wir wieder im Rahmen unseres Adventskalenders Europa-Netzwerk Hessen ein Buch und diesmal nicht über Europa, sondern über unsere Heimat, über Hessen. Das Ganze nennt sich Hessen-Häppchen im Untertitel Land, Leute, Leibgerichte. Und da gibt es ganz viel Spannendes über Hessen und natürlich auch viel Kulinarisches zu entdecken. Und ich bin mal gespannt, wer das heute bekommt. So, und die Hessen-Häppchen gehen an die rumänische Gemeinde im Rhein-Main-Gebiet e.V. Vorsitzende ist Frau Kampol. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, Sie haben Spaß mit unseren Hessen-Häppchen.